Was geht meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an Ranked to Platin. Wir legen heute wieder fröhlich los mit Lee Sin Jungle. Kein AP im Team. Ja gut, Karma ist halt Support, aber die müssen deshalb keine Magie resisten. Die Gegner haben Double Jungle. Dafür kein Toplaner. Es sei denn, der Rangar spielt mit dem Toplane Jungle Item oder so ein Shit. Kein Plan. Und ja, wir fangen heute mal auf der Bot-Zeit an mit Lee Sin. Klasse. Fängt super an. Warum sind die nicht gegangen? Oh man, könnte ich auch einmal ein normales Game haben, Alter. Nee, schaffe ich nie im Leben. Ich bin behindert. Oh, meine Fris. GG. Unfassbar. Wie kann man so scheiße sein? Man weiß doch wohl, wann man weggehen muss. Ich habe vor allem die Crew drauf gemacht und die greift einfach weiter an. What the fuck, Alter. Oh Gott, Alter. Ich werde hier Half-Life wieder rausgehen. Meine Fresse, ey. Wow, Alter. Jetzt kann ich mich direkt wiederporten oder nicht? Oh mein Gott. What the shit. Okay, wir forcen hier zumindest alles, Alter. Das wäre ich jetzt auch mega mad gewesen. Okay, es ist anscheinend nur noch top. Okay, das hat das Ganze wieder ein bisschen ausgeglichen, da ich halt im Early nix machen konnte. Jetzt wollen die alle. Ich hätte ja erwartet, dass sie mich zumindest invaded haben mit zwei Massmite. Aber wenn ich hier ein Massmite-Duell später gewinne, dann bin ich aber der Lee Sin-God, Alter. Ja, dann bin ich der Massmite-God. Nicht nur Lee Sin. Weil Nunu... Allein Nunu ist ja schon mal geil mit seiner Q. Und dann noch Double-Smite. Aber wenn ich hier ein Battle gewinne, bin ich der God. God of Battle. Okay. Okay. So, jetzt sind wir gut zu leiser. Jetzt sind wir good to go. Für die weiteren... Minuten. So, der ist mal Botlane gegankt. Okay, das übernimmt jetzt schon Jace. Ich weiß nicht, ob das was... gibt. Ich glaube ja eher nicht. Genau so. Das jetzt... Gehen jetzt einfach zusammen mit dir. Komm, Jace. Okay, Jace will nicht. Nach den Geistern werde ich noch nicht Level-Up sein. Das heißt... Das heißt kein Kick. Ah, werde ich jetzt schon Level-6. Was ist das? Na, komm. Fuck! Was ein Miss. Oh man! Das gibt's nicht, Alter. Ah... Kein Plan wie viel EXP da fehlen. Find your center. Ah, das hat mich einfach sooo zurück geworfen. Wie kann man als Riven gegen den Nunu verlieren? Meine Fresse, ey. Komm, clear den Shit, alter. Ach, nicht mehr. Schhhh. Oh. Schade. Schade. Zehn Sekunden bis Blu-Waff. Hab ich nicht eben noch geschrieben, die sollen einfach auf den Nails chillen und dann warten bis ich gank'e? Hat wohl nicht ganz so geklappt. Egal, ich hab jetzt auf jeden Fall schon Sidestone, das ist ne gute Sache. Weiß sollte ich mir diesmal Schuhe vor Black Leaver kaufen, zum letztes Mal. Das wäre vielleicht hilfreich. Hat der ihn gecleart? Ja, hat er. Er kann ja auch rumroamen wie er will bei der Riven. Ich mein, die spielt hier so passive und so schlecht anscheinend auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rennschlampe. Pfff. Wo steht die rum, Alter? Pfff. Pfff. Alter, was? Ey, der ist weit. Nunu ist so gefeedet. Pfff. Alter, was ist das für ein Damage? Pfff. Wow. War schon echt krass. Ich bin nicht. Pfff. warum pusht man wenn man eine lane verliert gibt es keinen grund für richtig so können wir anscheinend nicht fighten und die es bleibt einfach stehen was war das bitte what the fuck alter a riven spielt mit ignite und nicht mit tp und ist trotzdem so hart am verlieren gegen den nun was behindert abdrake ist die lunarenga gekillt gleichzeitig wie soll ich dagegen mann toll gemacht ich habe meine q durch dich gemisst toll gemacht junge war das toll bravo wir haben wieder einen spaß die john spaß die jungler wollte ich jetzt schon sagen spaß die mit laner ja ja Das war's für heute. ich komm zu dir ist egal wo ich der erstmal beim romp helfen GG, wir sind beide tot Oh man Ey, dieser Champion, alter Du bist gut, ich bin gestorben Guck ihn dir an Boah, warum spiele ich denn in den letzten zwei Tagen einfach nur mit Einarmigen? GG Okay Man, warum das Early Game immer so scheiße in den letzten Spielen? Okay 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 Ach, war nicht worth, alter. Wenn die den Tower nicht bekommen, dann wär's. Was die? Was die? Comebacks are real, nicht, weil wir keine AP haben, und die haben ein besseres Team. Soll es nicht so gut, wenn wir keine APA haben, können wir keine APA haben, können wir keine APA haben, können wir keine APA haben. ah wie bitter jetzt hat jay skills bekommen alter der typ kann nix 0 damage 0 alter wie viele jahre der locker überlegen kann ja 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 deshalb sollte man auch ap damage haben weil die können jetzt einfach ihre wüstung stecken auch wenn das bis jetzt noch keiner von denen macht weil die uns einfach so recken man muss ich wahrscheinlich wusste ja wow der geht zu schnell down was ein team ich hab keinen bock mehr alter das 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 ist Oh, äh... Ich hoffe, die trifft nix mehr. Nee. Warum können wir das nicht einfach surrendern, Alter? Die machen uns doch so platt. Okay. 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 Wenn ich sowas sehe, freu ich mich, da ich mit meinem Name schon Platin bin und das hier nicht mehr machen muss. Okay. 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 Ich lauf doch mal dumm rum, ne. die es die letzten 10 minuten schon machen weil das gang hier verloren ist griffen verliert gegen nuno mit smite auf der top lane griffen mit ignite was er noch dazu sagen das ist schon krass griffen mit ignite griffen gegen nuno mit top nuno mit top ja ja ich will noch ein kill ich kann jetzt was verändern hier schlecht ist das game seit vier jahren 3 9 auf vladimir und 4 7 7 5 7 3 5 3 4 ist das bitter wird so nicht mehr viel zu sagen außer dass ich kein bock mehr ab so momentan ist lol relativ frustrierend da ich gestern schon beziehungsweise den letzten zwei tagen von platin 2 bis platin 4 gedrockt bin mit meinem main account werde ich wohl noch ein bisschen pausieren vielleicht kommen dann jetzt die tage auch keine folgen aber ja so macht das hier alles kein schmerz aber so 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 so